Hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr die Gunsmith Part 12 Quest erfolgreich abschließen könnt. Der Mechanic möchte von uns eine AK-102 haben und ich habe schon ein Preset dafür vorbereitet. Hier unten seht ihr noch einmal, welche Belohnungen ihr bekommen könnt dafür, aber bedenkt auch immer daran, wenn ihr das Video sieht, kann es sein, dass die Belohnungen sich verändert haben, da das Game ja noch in der Beta ist und die Entwickler immer noch weiter daran arbeiten und ja, dementsprechend sich auch was verändert haben kann. So, ich gehe einmal über alle Items rüber, damit ihr die kompletten Namen der Items seht und was noch wichtig ist, wenn ihr Waffen für die Gunsmith Quest habt, wo Magazine drin sind, achtet immer darauf, dass die Magazine leer sind und achtet bei jeder Waffe darauf, dass in der Waffe selber keine einzige Patrone mehr drin ist, da das manchmal dazu führen kann, dass ihr die Quest nicht abschließen könnt. Bei einigen Waffen ist es möglich, den Stock hinten zu falten. Solltet ihr die Waffe, so wie sie ist, nicht abgeben könnt, probiert mal, ob ihr die Waffe falten könnt und versucht sie dann noch einmal abzugeben. Dann sollte es eigentlich klappen. Hier seht ihr noch einmal die Stats, die die Waffe haben sollte, damit ihr sie erfolgreich abgeben könnt. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Video weitergeholfen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!